Die Geburt des Ungeborenen, der Avatari In Schlüsselstrophen der Bhagavad-Gita spricht Krishna sein Wesen als Avatari, als der Aussender der Avataras aus. Obwohl ich der Ungeborene bin von unwandelbarer Gott-Natur und allmächtiger Herr aller Wesen bin, trete ich durch die mir selbsteigene Kraft in vollkommener Weise in Erscheinung. Gita 4.6 Wann immer verfalltes Dharma ist und ein aufsteigendes Nicht-Dharma ist, o Arjuna, dann sende ich mich selber aus. Gita 4.17 Fußnote 31 Dharma In allen Bedeutungsschichten dieses Wortes als Recht, als heilige Ordnung, welche die Welt trägt. Die Wurzel des Wortes Dharma ist Tri, Tragen, als treue Pflichterfüllung der religiös-sozialen Gebote mit Lohnerwartung als Karma-Yoga, als Gyan-Yoga, als Bhakti-Yoga. Fußnote 132 Shri Jami Ich sende aus, ich flute aus, ich emaniere. Zur Rettung der Edeln, zur Vernichtung der Bösen Zur Wiederherstellung des Dharma werde ich von Zeit zu Zeit geboren. Gita 4.8 Fußnote 134 Die Edeln sind die Bhaktas, welche die Trennung von Krishna nicht mehr ertragen können. Die Vernichtung des Bösen bedeutet Vernichtung ihrer Dämonennatur, also Gnade. Fußnote 135 Alle Kommentatoren zu dieser Strophe von Aukara bis Baladeva Vidyabhushana sind sich darüber einig, dass Yuge, Yuge, nicht ein Kommen Krishnas als Yuga-Avatara, sondern ein Kommen von Zeit zu Zeit bedeutet. Wer meine Geburt und mein Ton, meine Lila, die göttlich ist, dem Wesen nach weiß, wenn er den Leib ablegt, so geht er nicht hin zu neuer Geburt. Zu mir geht er. O Arjuna Gita 4.9 Fußnote 137 Schon im Rigveda heißt es, wer den alten und den neuesten Gottesherrscher Isha Vishnu, dem die Frauen lieb sind, liebt, wer seine des Großen größte Geburt verkündet, der soll an Ruhm selbst den Genossen übertreffen. Rigveda 1.156.2 Die Geburt Krishnas in Mathura Mit zarter Eindringlichkeit werden im Bhagavatam die einzelnen Phasen der Geburt des Ungeborenen, des überall und allerorts seienden Bhagavan Svayam beschrieben. Um ja den Irrtum zu vermeiden, dass es sich um eine irdische Geburt handele, wird betont, dass die Zeugung nicht im Leib der Mutter, sondern im Geiste beider Eltern erfolgte. Die Wochenstube ist ein Gefängnis. Kamsa, der grausame König, der in der Stadt Mathura herrscht, hat die ihm nahe verwandte junge Devaki, die das Gotteskind Krishna trägt und ihren Gatten Vasudeva in den Kerker werfen lassen. Bhagavan höchstpersönlich, der geliebteste aller Wesen, der seine Bhaktas furchtlos macht, trat in den Geist Vasudevas ein, zusammen mit all seinen Teilaspekten. Bhagavatam 10.2.16 Die göttliche Devaki empfing ihn in ihrem Geist, ihn, der das Heil aller Welten, mit allen seinen Teilaspekten zusammen, in Klammer, mit allen seinen Avatars. Ihn, der durch Vasudeva aus seinem Geist in sie übertragen worden war. Sie trug ihn so, wie der östliche Himmel den Mond trägt, ihn, der die Freude aller ist, ihn, der sich selbst gebar. Doch vermochte sie nicht in rechter Weise, zur Freude aller Wesen zu leuchten, obwohl sie der Wohnort dessen war, in dem alle Welten ihren Grund haben. Bhagavatam war sie die Edele, doch im Gefängnis des Kamsa eingeschlossen, so wie ein Licht unter einem Kruge oder wie Weisheit von einem, der das Wissen geheim halten will. Bhagavatam 10.2.18-19 Der vor Furcht zitternde Kamsa wusste, dass Devaki gesegneten Leibes war, aber er wagte nicht, die Schwangere anzutasten. Er wartete seine Zeit ab. Das neugeborene Kind wollte er töten. Um Mitternacht in der tiefsten Finsternis, als das Preislied auf Canardana begann, da wart Vishnu, der von Zeit und Raum unbegrenzte. Fußnote 141 Canardana ist einer der tausend Namen Vishnus, Gott als Bestrafer, als Quäler des Bösen. Der in allen Herzen Verborgene, in der göttlichen Gestalt von Devaki sichtbar, so wie am östlichen Himmel der volle Mond. Bhagavatam 10.3.8 Betroffen betrachtete Vasudeva den unfassbar erstaunlichen Knaben. Er hatte vier Arme. Die vier Zeichen der göttlichen Allmacht und Majestät hielt er in seinen Händen. Die Muschel, die das Urwort Aum in sich birgt, die Keule der Weltherrschaft, das Rad der reinen Erkenntnis und den Lotus des freien Spiels. Ein Goldgewand aus Chit bedeckte seinen Leib aus Chit, der leuchtende wie eine feuchte Regenwolke. Ein Diadem und goldglänzende Ohrringe aus Chit schmückten ihn. Das Zeichen Vishnus, Srivatsa genannt, war auf seiner Brust und er erleuchtete die Kammer der Wöchnerin mit seinem Glanz. Überschwemmt von Freude sah Vasudeva mit weit offenen Augen auf seinen Sohn, welcher der Allmächtige Gott selber war. Und er pries seine Majestät als der höchste Purusha. Fußnote 143 Bhagavatam 10.3, 13-22 Alle Wesenszüge der theistischen Sankhya-Philosophie kommen in Vasudevas zehn Strophen langer Hymne zum Ausdruck. Auch Devakib reist glücklich, lächelnd ihr Kind, sein Gotteswesen erkennend als den ewigen Grund der Welt und als den Schützer der Gottgeweihten. Bhagavatam 10.3, 14-31 In tiefer Verwunderung schließt sie ihre Hymne und sagt ehrfürchtig. Oh, du höchster Purusha, in dessen Leib am Ende der Brahmanacht das ganze Weltall spielend Platz hat. Dass du in meinem Schoße lagst, macht wahrlich aller Geburt in der Menschenwelt zum Zerrbild. Bhagavatam 10.3, 31 Krishna berichtet der Devaki und dem Vasudeva aus ihren vergangenen Lebensläufen, dass sie beide bereits zweimal vorher Mutter und Vater eines Avatar-Gottes gewesen seien. Eltern des Avatar-Prishnigarva und Eltern des Avatar-Vamana. Devaki und Vasudeva sind ewige Gestalten, besondere Formen der Chit-Shakti-Bhagavans. Immer da voll mütterlicher und väterlicher Liebe zu dem Allmächtigen, dem alle Shakti eignet und in dem sie selbst ewiglich gründet. Doch nun wird Devaki, die so klar die Gottesmajestät ihres Sohnes erkannt hat, von mütterlicher Liebe und Sorge überwältigt. Sie vergisst für einen Augenblick, dass Krishna ja todlos, unverletzbar ist und sie bittet ihn, seine Natur zu verhüllen und wie ein gewöhnliches Kind auszusehen, damit der böse Kamsa ihm kein Leid antur. Bhagavan Krishna, der sich immer da den Wünschen seiner Prema-Bhaktas fügt, willigt ein und sieht plötzlich aus wie ein gewöhnliches, neugeborenes Kind mit zwei Händen. Wie ihm von Krishna geheißen wurde, nimmt ihn Vasudeva auf seinen Arm. Die Fesseln, die seine Füße umschlossen hatten, fallen ab. Die versperrte Kerker-Tür öffnet sich von selbst. Die Schildwachen vor dem Tore sind im Schlaf versunken. Die ganze Stadt Matura schläft. Das alles wird von der Yogamaya bewirkt. Die Krishnas Spiel gestaltet. Durch die regnerische Nacht wandert Vasudeva mit Krishna auf den Armen zu dem Strome Yamuna, der das Königsland von dem Hirtenlande Vraj trennt. Sanft donnert die Wolke über ihnen, während sich eine Gasse in der Flut vor Vasudeva bildet, mit angestauten Wasserwänden zu beiden Seiten. Trockenen Fußes schreitet er hindurch zu anderen Ufer, hinüber ins Hirtenreich, das ebenfalls in tiefem Schlaf versunken ist. Vasudeva betritt das Haus Nandas, des Königs der Gopas, der Kuhhirten. Yashoda, die Hirtenkönigin, hat eben ein Mädchen geboren. Sie liegt ebenfalls im festen Schlaf. Vasudeva legt den kleinen Krishna an ihre Brust, nimmt das Mädchen und trägt es zurück über den Strom. Die Türen des Gefängnisses öffnen sich von selbst vor ihm. Die Fesseln schließen sich wieder um seine Fußgelenke. Das Kind, das er auf Devakis Bett gelegt hat, beginnt zu schreien. Die Wächter schrecken aus dem Schlaf, der König Kamse schreckt aus dem Schlaf, stürzt in den Kerker hinab, sieht Vollbestürzung das Neugeborene. Er ergreift es in rasendem Zorn bei den Füßen und schleudert es, obwohl Devaki ihn beschwört, barmherzig zu sein, an die Felsmauer des Gefängnisses. Doch das Kind schwebt unverletzt empor und wird vor Kamse sichtbar, mit acht Armen, mit himmlischen Waffen beschwert und voll Schrecken vernimmt der Asura ihre Stimme. O du Narr, sagt die große Maya Gottes zu Kamse, was würdest du gewinnen, wenn du mich töten könntest? Dein Vernichter ward anderswo geboren. Mit milden Worten tröstete sie Devaki und Vasudeva, die zu ihr emporblicken. Fußnote 146 Vasudeva und Devaki schauen die Yogamaya Gottes, Kamsa sieht ihren Teilaspekt, die Gestalt der Maya der Welt in ihr. Kamsa aber lässt seine Asura-Häuptlinge rufen und befiehlt ihnen, überall alle neugeborenen Kinder ermorden zu lassen. Soweit geht der Bericht des Bhagavatam über die Geburt Bhagavan Krishnas in der Königsstadt Mathura. Doch andere Puranas berichten mehr. Ihnen zufolge wurde in Mathura bloß der Krishna des ewigen Reiches Dvaraka geboren. Gleichzeitig aber fand in benachtbarten Hirtenlande Vraaj in Gokula die Geburt jenes Krishna statt, welcher der Urgott selber ist und der mit den Seinen ewiglich in Goloka dem Reiche der göttlichen Schönheit und Lieblichkeit weilt. Jiva Goswami hat diese Stellen in seinem Werke Krishna Sandarva sorgsam zusammengestellt und in seinem umfangreichen Alterswerk Gopala Jampu noch einmal und diesmal in dichterischer Form dargestellt. Auch der große Bhaktadichter Kavi Karnapurna, der als Knabe von Krishna Chaitanya selbst zum Dichter und Seher der ewigen Wirklichkeit Gottes zum Kavi geweiht wurde, hat die Geburt Krishnas im Hirtenlande in seinem Dichtwerk Ananda Vrindavan Jampu beschrieben. Fußnote 147 Das Hirtenland Vraaj, wo Krishna seine Kindheit und Jugend verbrachte, wird auch nach einzelnen Städten in dieser Landschaft Gokula oder Vrindavana genannt. Die Ankunft Krishnas in Vraaj in Klammer aus Jiva Goswamis Gopala Jampu Purva Jampu 3.2 Das Sanskrit-Werk Gopala Jampu umfasst nicht weniger als 3960 Seiten. Die Handlung ist weit gespannt und sie wird der Rahmen-Erzählung zufolge nicht auf Erden berichtet, sondern in Krishnas und Rathas unendlichem reiche Goloka. Zwei Bharden, Sniktakanta und Madhukanta, die auch in der im Bhagavatam geschilderten Lila eine Rolle spielen, berichten in Gottes ewigen Reich von Bhagavan, Krishnas Geburt, auf Erden und von vielen anderen Begebenheiten, die Krishna und seinem Vaternander und Mutter Jashoda und Radha und den Gopis und den Gopas nun bloß mehr wie ein kurzer, fast vergessener Traum erscheinen. Fußnote 148 Bhagavatam 10.9.22 bis 10.42 Gespannt lauschen alle im Versammlungshause von Goloka dem Wechselgesang der beiden Baden. In der Lila auf Erden war manches so ganz anders als in der ewigen Lila. Nanda, der Hirtenkönig und Jashoda, seine Gattin, waren auf Erden kinderlos, obwohl sie beide schon in vorgerücktem Alter standen. Die beiden wünschten sehnsüchtig einen Sohn. Auf drängendes Wünschen des Hirtenfolges sollte ein großes Opfer vollzogen werden, um von Narain, dem Gotte der Allmacht, einen Sohn und Erden zu erflehen. Einmal hatten die beiden insgeheim ein Gespräch darüber. Nanda sagte zu Jashoda, wie ist es möglich, dass mir ein solcher Sohn, wie es ihn überhaupt nie zu irgendeiner Zeit vorher gegeben hat, zuteil werden soll? Wie könnte ich je einen Sohn bekommen, der noch unendlich viel lieblicher ist als die Gestalt Narains, der doch der höchste Gipfel aller Göttlichkeit ist? Ein Knabe, dunkelläuchtend, in Klammer Schiamfarben, unsteht, lieblich, mit langen Augen, spielt in deinem Schoß und deine Brust strömt über von Milch. So sehe ich ihn. Ich vermag nicht zu unterscheiden, ist es ein Traum oder Wachen oder sonst irgendetwas. Sage die Wahrheit, leuchtet dieser Knabe etwa auch in deinem Herzen auf? Jashoda sagte, oh, du Lieber, auch ich habe den gleichen, aller Vernunft widerstrebenden Gedanken. Ich habe mich dessen bisher sehr geschämt und dir deswegen nichts davon mitgeteilt. Wir müssen uns beide sehr bemühen, unseren Geist zu zügeln, um von diesem Gedanken frei zu werden, der etwas ganz Unmögliches will. Wir müssen dem Denken daran ganz entsagen. Nanda sagte, von Zeit zu Zeit gelingt es mir, meine Gedanken zu beherrschen. Doch ist der einzige wirkliche Helfer Narayan, dem überhaupt alles in der Welt unterliegt. Er ist unsere einzige Rettung. Nur er kann mit unserer Abirrung zurechtkommen. Die beiden tun Gelübde, fortab den zwölften Tag nach jedem Vollmond und Neumond mit Fasten und Gebeten und Verehrung Narayans zuzubringen, um von ihrem vermessenen Gedanken frei zu werden. Doch nachdem schon ein ganzes Jahr derart vergangen war und ihr Begehren sich nur gesteigert hatte, offenbarte sich ihnen Narayan im Schlaf und sagte zu ihnen, ihr beide seid mir unverbrüchlich zugetan und meine Baktas. Warum kremt und sorgt ihr euch? Der zarte Knabe, der zarter ist als eine Atasi-Blüte und der euch beide immer da als Kind aufleuchtet, ist ewiglich mit euch. An jedem Tage Brahmas, in jeder Geschichte einer Erde wird er euch geboren. Er wird euer Kind, um die Bhakti zu sich selbst zu verkünden. Dadurch wird als Folge des unmittelbaren Erlebens von Gott eine Prima-Bhakti erlangbar, die selbst dem Brahma und anderen Großen unerreichbar ist. Zu dieser Zeit geboren zu werden ist ein ganz hohes Glück. Euer liebliches Begehren wird sich in kurzer Zeit erfüllen. Zu dieser Zeit, als die quälende Sorge des Volkes immer höher gestiegen war, geschah es, dass eine alte Asketin, gefolgt von einem Brahmaner-Jüngling, nach Vraj kam. Ein ganz ungewöhnliches Strahlen ging von ihr aus. Alle erhoben sich, begrüßten sie ehrerbietig als ihren Gast und fragten sie höflich, Wer bist du? Du siehst aus, als ob du die Yoga Maya Bhagavans selber wärst. Und wer ist dein Begleiter, der aussieht wie Narada in einer jüngeren Gestalt. Sie antwortete, ich bin Katayani. Fußnote 149 Der Name Katayani hat dreifachen Wortsinn. Erstens Yoga Maya Zweitens eine ältere Frau Drittens eine Frau in einem rotbraunen Asketentuch. Ich heiße Purnamasi Fußnote 150 Die Tageszeit, da der Vollmond erscheint, die mondlichtglänzende Vollmondnacht. Ich bin eine wandernde Asketin und weiß die Zukunft. Und dieser, der dem Nanda ähnlich ist, heißt Madhu Mangala. Alle Wie kommt es, dass du uns armen Wesen deine Gnade schenkst. Sie Es wird sich unter euch etwas ganz unbeschreiblich Großes begeben. Alle Was? Sie Nanda, der euer aller Leben ist, wird einen Sohn erhalten, der die ganze Welt erfreuen wird. Mit Freudentränen sagten alle. Da wird ja unser Vrindavana Vraj ein ganz großer Weihort werden. Wir wollen dir eine Strohhütte am Ufer der Krishna bauen. Fußnote 151 Krishna, die Dunkle, ein Name der Yamuna, deren Wasser dunkelblau leuchtet. Sie An der Krishna habt ihr gesagt, mit der Bezeichnung habt ihr den Hinweis auf den kommenden auf Krishna gegeben. Alle priesen sie voller Glück gingen zu Kalindi, Yamuna, deren tiefer blauer Glanz die Schönheit eines blauen Lotus weit übertrifft, bauten ihr eine Strohhütte und ließen sie dort wohnen. Am gleichen Tage in der ersten Hälfte der Nacht kam ganz heimlich die heilbringende Rohini auf einer Meere in Vraj an. Fußnote 152 Rohini, eine der Gattinnen Vasudevas in Matura. Vasudeva, der sich wegen des wilden Zornes des Asura-Kams sorgte und quälte, hatte sie geschickt. Als die höchst lautere Rohini angelangte, jubelten alle Bewohner im Lande des Vraj-Königs und mancherlei glücksbringende Zeichen wurden sichtbar. Wie die beiden Ströme Yamuna und Ganga kamen Yashoda und Rohini zusammen, beide von Glück überwältigt. Fußnote 153 Ganga der Gangestrom Die Freude beider teilte sich allen anderen mit. Yashoda erkannte, dass Rohini seit drei Monaten schwanger war und sie freute sich sehr, denn sie betrachtete Rohinis Glück als ihr eigenes Glück. Sie fühlte sich nicht verschieden von ihr. Am ersten Tage der dunklen Monatshälfte in einer Ruhe und wohlschenkenden Nacht, als Yashoda von Müdigkeit überwältigt war, sah sie wie im Traum etwas sehr seltsames. Und zwar kam eben dieser Knabe in Klammer, der beiden schon früher aufgeleuchtet war, aus dem Herzen des Vraj-Königs in ihr eigenes Herz hinein. Jedoch verhüllte er sich mit einem Mädchen, das ihn ganz verdeckte. Der Knabe blieb in der Mitte des Lotuses ihres Herzens wohnend, während das Mädchen in ihrem Schoße wohnte. Von nun an nahmen die Frauen wahr, dass Yashoda schwanger war, und sie kamen zu ihr mit heilverheißenden Geschenken. Yashodas Gesicht war ein wenig blass, ihr Leib hob sich ein wenig, so wie ein Licht in einem Kristallgefäß in ihm und auch außerhalb leuchtet, so leuchtete Krishna in Yashodas Herz und auch außen in der Welt. Indessen hatte die Yogamaya den sieben alten Monate alten Embryo der Rohini entfernt und an dessen Stelle den ebenso alten Embryo aus dem Schoße der Devaki in ihren Schoß übertragen. Fußnote 154 Das Bhagavatam 10.2.5-8 und 10.2.15 berichtet, dass Devaki ein Kind, das sie vor der Empfängnis Krishnas von Vasudeva empfangen hatte, zur Trauer des Volkes von Mathura vorzeitig verlor. Doch dass in Wirklichkeit der Embryo von der Yogamaya in den Schoß der Rohini, die schon in Sicherheit in Vrajwa übertragen wurde. Dieses Kind ist ewiglich Krishnas älterer Bruder Balaram. Er gehört mit zur Fülle der Gottheit. Gleichzeitig dient er Krishna in vielen Reichen. In einem Teilaspekt eines Teilaspekts seiner Selbst ist Balaram Ananta Shesha, der auf einem seiner Tausenden von Häuptern wie ein Sesamkorn die Erde trägt. Er, der von Krishna nicht getrennt ist, bildet als Maha Shankarshan den eigentlichen Grund Maha Vishnus und der anderen Avataras. Aus Balaramas Kraft Sandini Shakti ist Krishnas innerstes Reich der göttlichen Lieblichkeit und sind auch alle anderen ewigen Reiche Gottes gebildet. Es heißt im Bhagavatam Balaram ist Ruhebett Sandale Schirm Krishnas. Ehe Krishna selbst in seiner Lila die Erde betritt, muss sein älterer Bruder Balaram der sein Reich ist sich manifestieren. Balaramas Name Shankarshan bedeutet der aus dem Leib der Devaki herausgezogene. Der Name Shankarshan wird wie das Wort Krishna hergeleitet von der Wurzel Krish anziehen. Das Adjektiv Shankarshan bedeutet eine zerwühlende Form des Anziehens. In einer heilsverheißenden Zeit unter segensvollen Himmelskonstellationen gebar die Rohini, die voller Freude war, ein sehr schönes Kind von heller Hautfarbe. Sie gebar ihn, so wie etwa die stark glänzende Vollmondnacht, den Mond gebiert. Mondgleich sein Gesicht, blitzleuchtend seine Augen, frischer Regenwolke gleich, seine Haare von innerer Leuchtkraft wie die Sonne. So war der Knabe, den sie gebar, und so muss es auch sein, ist er ja doch ein göttliches Kind. Ja, seine Kraft ist unermesslich, seine Gestalt weißleuchtend. Er hat einen jüngeren Bruder, ist der Töter von Asuras und er der Selbst Rama in Klammer Balarama heißt, ist als Lakshman ein Mitspieler der Lila Raghunatha Rams, so verkünden die Astrologen. Den Anweisungen Vasudevas des Vaters in Matura folgend, wurden die Geburtsrieten des Knaben von Weisen Brahmanen ganz insgeheim vollzogen. Doch war der Knabe Anlass zu einem Leid. Von Geburt an bis zur Geburt seines jüngeren Bruders war er steif. Und es gab nur ein Heilmittel. Nur wenn Jashoda, die den jüngeren Bruder im Schoße trug, ihn auf den Schoß nahm, war er voller Leben und Freude. Nachdem einige Tage vergangen waren, im achten Monat von Jashodas Schwangerschaft, kam der jüngere Bruder aus dem Mutter Schoße. Das Kali-Yuga, das schon eingesetzt hatte, überleuchtend am achten Tage der dunklen Monatshälfte des Monats, Badra, an einem Mittwoch, als der Mond am Himmel stand, ging der volle der höchste der Shri-Mond Krishna zu Jashodas Freude auf, alles dunkel vertreibend und göttliches Glück aneinander spendend. Die Weltalter und die Jahreszeiten kamen mit je ihrem Reichtum, um der Nacht der Krishna-Geburt zu dienen, wo ohne Frühling die Navamalika blühte, ohne Sommer der reife Mango, ohne Nachregenzeit, das lautere Strahlen der Gewässer, ohne die ganz kalte Jahreszeit, die Kunderblüte, ohne Winter Reis, gegen die Regeln der Gestirnsordnung, ohne die Kraft des Guru, ein Aufleuchten Gottes, wurde der Knabe geboren, ohne dass Jashoda das Bewusstsein eine Entbindung hatte. Und die Sterne im Himmel gaben ihren besten Glanz. Am Rande des Horizontes über dem Meere rollten donnernd freundliche Wolken, denn die Herrlichkeit der Nachregenzeit hatte den Wunsch ausgedrückt, an der Regenzeit teilzunehmen. Und mit den Chatti-Blüten blühten die Frühling Sträucher mit den Ketakis der Sommerzeit die Ketakis der Regenzeit mit den Nachtblumen die Tagblumen ein wunderbarer Anblick und dann die besondere Schönheit die sich ausdrückte in den Gesichtern derer die Kamen und Krishna schauten. Wozu viele Worte er übertraf sogar den Mukunda Narayana und die Yogamaya die alles tut was zu seiner Lila hilfreich ist und die dafür seine besondere Gnade erhält wurde in Gestalt eines Mädchens nach ihm von Yashoda geboren. Überdies bewegte sie sich nun gestaltlos durch den hohen Luftraum wie eine Luftströmung ein blaues Lotusblatt dahin weht so brachte sie von niemandem gesehen die zweiarmige Gestalt des Krishna von Vraj nach Mathura Der vierarmige Krishna von Mathura geht in den zweiarmigen Krishna von Vraj ein Fußnote 155 Auch der Balaram Shankarshan von Mathura der frühere Sohn Devakis und Vasudevas geht in den Balaram von Vraj ein den Mula Shankarshan ein In der Erdenlila verneigen sich die Gottesgestalten der ewigen Reiche von Dvarak und Goloka zu je einer Gestalt Von diesem Augenblick an da Krishna wie ein gewöhnliches Kind erscheint entspricht der Bericht der Gopala Champu der Erzählung des Bhagavatam Nachdem die Yogamaya ihr Werk getan hatte brachte Vasudeva aus Furcht vor dem Kamsa den zweiarmigen Vraj Krishna nach Vraj zurück und tauschte ihn gegen das Mädchen um Sobald Vasudeva das Kind wie einen großen Schatz niedergelegt hatte und mit dem Mädchen fortgegangen war bestand keine Ursache mehr für den Schlaf aller und auch Jeschodas Schlaf endete und sie sah das Kind vor sich das wieder bei ihr war sein Leib wie ein übergroßer blauer Edelstein sein Gesicht schöner als der Mond seine Augen wie überirdische Lotuse seine Hände und Füße wie frische neue Blätter des Himmelsbaumes er weinte mit süßer Stimme und bewegte seine Händchen und Füßchen die ganze Welt verzaubernd so sah ihn die Vraj-Königin und ihre eigene Gestalt wurde reglos wie ein Bild ein Königreich dunkelglänzender Schönheit ein Schatz aus dem alle Edelsteine stammen Fülle von Lieblichkeit die von innen heraus glänzt wie bei einer Perle als die geliebte Frau des Vraj-Herren Nanda also San weinte der Knabe und rief Om in Zusammenhang zu dem was sie dachte Fußnote 156 Ananda Vrindavan Champu 2.25 Die Mutter und die Frauen im Zimmer schliefen tief Nach der Art eines neugeborenen Menschenkindes schrie der Knabe mit lieblicher Stimme dem Om laut ähnlich der zuerst aus der Kehle Gottes kam noch ehe sein großes lila freudenfest begann Während die Gattin Nandas das neugeborene Kind anschaute war sie ganz unfähig ihre Freundinnen zu rufen von anderem tun gar nicht die Rede Tränen erfüllt waren ihre Augen und ihre Kehle ihr Leib wie versteinert überwältigt von dem Begehren ihn zu stillen krümmte sie sich ein wenig der Knabe leuchtete nicht nur auf dem Bette Jashodas auf sondern wie ein Spiegelbild auch im lauteren Chitter aller derer die Sneha hatten und wie Jataka Vögel einer herankommenden Wolke zueilen so eilten die Vraj Frauen zu ihm hin zusammen mit Rohini und sie schauten ihn an sie blickten auf Jashoda die wie versteinert war und doch mit freudig glänzenden Augen auf das Kind blickte und sie alle überlegten was zu tun sei um den neugeborenen Knaben und der Mutter zu dienen besteht er aus blüten frische Lotusse oder aus blauem Indra Edelstein oder Emerald dieses unvergleichliche Etwas lässt sich nicht begreifen sie schauten und schauten sie alle gaben zarte Freudenlaute von sich und waren unfähig zu irgendetwas anderem da nahm ihn eine deren Herz gefasst war in ihre beiden zitternden Hände und schaute ihn an und sie alle erkannten sofort dass es ein männliches Kind war und jeder begehrte oh ich will ihn auf meinem Haupt nehmen ich will ihn mit meinen Augen berühren ich will ihn an mein Herz nehmen ich will ihn ganz in mein Herz hinein nehmen die dunkle strahlende Mutter schaute ihn immer wieder und wieder an und wurde nicht satt ihn anzuschauen und Nektarflüsse strömten von ihren Brüsten dann machten sich die Frauen ganz bedacht und umsichtig an ihre Pflichten das Bad und so weiter für das neugeborene Kind zu besorgen Rohini beauftragte eine alte edle Brahmanenfrau die selbst Gatten und Söhne hatte eine Witwe wäre ein schlechtes Vorzeichen dem Nanda die grenzenlose Freude Nanda zu bringen mit strahlendem Gesicht hell leuchtend mit ihrem grauen Haar und hellem Gewand verließ sie schnell das Haus als die freudenstrahlende Altenanda sah schienen ihr die wenigen Schritte ein recht langer Weg zu sein Früchte und Blumen hatte sie in ihrer Hand und sie konnte kaum die Worte heraus bringen unser König hat heute einen Nachkommen erhalten warum kommt er nicht um ihn zu sehen die Kuhhirten die Gopas brachen in einen Tumult aus wie die Pfauen beim Regen doch der König vermochte kein Wort zu sprechen die Grauharige sagte schnell möge euch der Neugeborene heil bringen und mit fröhlichen Worten gab sie in die edlen Hände des Königs von Vraj mit Rojana einem goldgelben Puder und Safran und mit Sandelholzpaste geziertes Durva Gras und glücksverheißende Früchte Upa Nanda Nandas älterer Bruder sagte alle Kühe die hier zu melken sind möge man unverweilt als Geschenk ihrem Gatten geben Nanda legte Kleider an wie sie für eine religiöse Zeremonie bestimmt sind und fasste den Vorsatz noch viele Kühe zu schenken die Mutter Balarams Rohini gab die Anweisung und vor dem Tore begannen die beiden großen Kesseltrommeln zu tönen und das war es was die des Trommelns kundigen austrommelten offenbar geworden ist das göttliche Glück der Ananda Nandas Fußnote 151 Unbewusst verkündeten sie dass Krishnas Gestalt aus konzentriertem Ananda besteht das heißt Krishnas Gestalt ist ganz und gar unverhüllter Prima Nirupadi Prima und sie ist Chit das heißt nur von sich her sich offenbarend und Sat das heißt zu aller Zeit und aller Ort gegenwärtig es kann also nur derjenige Krishna berühren der selbst aus unverhülltem Prima besteht Vergleiche Kapitel 1 Seite 29 und Teit Upanishad 3.6 Er ist Ananda Der Vraj-König warf vor Freude wie versteinert und doch wurde er von Sehnsucht gezogen zitternd schritt er dahin es war als ob der allmächtige Gott Narain dessen Dienst er sein Leben lang getan hatte ihn bei der Hand fasste und alle seine Freunde und Verwandten eilten in Scharen herbei so schnell sie nur konnten und die Masse der Verraj Bewohner die herbeiströmte wurde immer größer und größer so wie einzelne Bäche und Ströme je näher sie der Gange kommen umso zahlreicher und flutreicher werden und in Scharen eilten auch die Frauen in Gruppen und kamen vor dem Gehöfte zusammen und begrüßten einander mit kreisenden Lichttellern und riefen Heil Ob des Geburtsfestes und der Vraj König stand mitten in dieser Menge Dann Dann begann er von den älteren angewiesen die Vorbereitungen für die Geburtsreden Zusammen mit den Weden bewanderten Brahmanen Brahmanen Priestern ging er in das Innere des Hauses Auf einer Plattform vor dem Zimmern der Wöchnerin mit glücksverheißendem Wasserkrügen geschmückt saßen sie nieder Die weise Rohini bedeckte die ruhmpreisgebende Jeschoda mit einem Tuche und auch den Knaben mit einem Tuche begleidend brachte sie ihn an die Tür und auf den brennenden Wunsch aller vor der Tür zeigte sie den Knaben so dass sie ihn sehen konnten Fußnote 158 Der Name Yashoda bedeutet die göttliche Ruhmpreis gebende Als Nandas sich gefasst hatte legte Upanadas Frau den Knaben in Nandas Schoß Die in einiger Entfernung liegende Yashoda wurde von Tränen Sträuben ihrer Leibesherrchen und Bewegungslosigkeit überkommen als sie hörte dass Nanda den Knaben auf seinen Schoß genommen hatte Es ist überaus seltsam sagte die Amme als die Riten beendet waren Dreimal sagte sie so O König in dem Teiche des Nabels andere Kinder sieht man die Nabelschnur aber keinen Nabellotus Hier aber sieht man den Lotus und nicht den Lotus Stengel und auf seinen Händchen sind deutlich sichtbar die Zeichen von Muschel Rad Donnerkeil Lotus und so weiter Alles heilvolle Zeichen und ebenso auf seinen Füßchen Diese außerordentliche Schönheit der Glieder erfüllt uns wahrlich mit großem Erstaunen Alle hörten das mit großer Verwunderung und Erregung es Erregung von Erregung